Körpersprache insgesamt für Mick und wie er das Ganze auch annimmt, diesen massiven Druck, den er ja auch bekommt, auch teamintern. Wie geht es damit um? Also ich muss sagen, ich habe es ja gestern schon erwähnt, das ist der ruhigste bei uns in der Familie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diese Ruhe nicht. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich finde es ja gut, grundsätzlich kritisch miteinander umzugehen, aber das bedeutet dann miteinander, nicht einseitig. Und ich meine, seitdem ich hier Brett Pitt sehe, muss ich sagen, hätte ich eine wunderschöne Idee für einen Film. Also ich sehe Günter Steiner auf einem Pferd in den Sonnenuntergang in seine wohlverdiente Rente reiten und vielleicht dann einfach mal zu Hause bleiben. Ja, vielleicht ist das eine Idee, die Brett Pitt dann nochmal verfolgen kann. Also wir sind sehr gespannt darauf, wie Mick sich dann auch schlagen wird gleich im Qualifier.